Was geht Shisha-Suchtis? Heute werdet ihr sehen, was es heißt, ein Mann zu sein. Ich pangst. Oh. Digga, das ist real! Nein, mach das aus, Alter! Das war ja so arg. Nein, 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 die kenn ich, auf die hab ich gar keinen Bock, Alter! Nein, nein, ich kenn das! Digga! Alles ist vorbei. Nein! Von denen hab ich so ... Trauerbar, Alter. Ja, Digga, das ist doch uralt, jeder kennt das. Jeder kennt das und ich brauch das nicht. Guck doch jetzt einfach, Chris, es ist uralt, steh dein Mann. Steh dein Mann. Chris? Ja, ich guck doch. Nein. Du weißt doch, was jetzt kommt. Ja, aber und? Das ist so alt, Digga, so alt. Ja, okay. Bruder, wie kannst du dich da... Guck mal, re-talk, re-talk, Chris. Du hast doch gerade selber gesehen. Aber du hast es doch schon 10 Millionen Mal gesehen. Ich auch, als kleines Kind, Digga. Auf dem Sony Ericsson gehabt. Guck, war nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, was dein Problem war. Du weißt... Die Jungs müssen ne miese Augenentzündung gehabt haben. Das hat dein Kleid bestimmt so her. Ja, 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 safe. Safe. Ich hab mich gerade so erschrocken, Alter. Hey, ohne Scheiß, das können wir nicht mal auf YouTube hochladen. Du sagst Reaction, die ist das dran. Das können wir nicht auf YouTube hochladen. Nee, da kriegt ein Herzinfarkt, Alter. Das wird direkt gelb. Das wird rot, Digga. Das wird gesperrt. Bro. Oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit. Ich kann nicht mal nach links gucken, weil ich links das auch sehe. Ja, egal. Das war's im Hintergrund. Oh nein, Alter. Hä, das kennst du doch auch, Digga. Ja, aber... Ja, und? Ach Digga, dass ich mich einfach erschrocken hab. Mann, das macht mich grad so sauer. Ist das euer Ernst? Kürst, wann guckst du? Kürst, wann guckst du? Kürst, wann guckst du? Guck im Stream. Weil's kleiner ist oder was? Keine Ahnung. Ich hab einfach keinen Bock, da hinzugucken. Weil ich auch so vielleicht schon zu kommen werde. Ich weiß zwar, wann es ungefähr kommt, aber... Einfach nur laut die Scheiße. Okay, das kam irgendwie vorher. Ja. Der kommt irgendwo anders hin. Guck hier hin, Chris. Guck hier hin. Guck hier hin. Guck hier hin. Ich guck hier hin. Ich guck hier hin. Ich guck hier hin. Oh Mann. Wie kann man nur solche Pussis sein? Das ist wieder voll laut, Digga. Boah, das ist auch uralt. Kennst du das? Kennst du das, Chris? Ich weiß gar nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Bro, entweder ihr guckt richtig oder gar nicht. Real Talk. Oh Mann. Das ist auch uralt, Digga. Ja, aber ich hab keinen Bock. Oh mein Gott. Das ist ein Schreiber. Das ist ein Schreiber. Das ist ein Schreiber. Okay. So was will ich doch niemals tun. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr gehabt. Jetzt hab ich einfach gebrochen. Sag ich doch. Sag ich doch nicht.